Herzlich Willkommen zum Wettbewerb auf dem Marsch, wir werden aktuell noch ein paar Bäume füllen, paar haben wir schon, wir machen die Ecke noch fertig und dann kommen wir erstmal zum Sägewerk, um das Sägewerk dann den Schwung zu kriegen. Damit wir hier nochmal irgendwann Paletten produzieren können, beziehungsweise Bretter, um andere Produktionen in Gang zu kriegen, natürlich kann man auch die Sachen halt kaufen. Aber das wäre nichts in uns weg, zweitens wird das vielleicht auch nicht rentabel sein. Verlegt ob wir noch Wald pflanzen werden, im Grunde wäre das ja notwendig, weil Wachstum dauert lange. Über den normalen LS dauert er zum drücken länger. Mal schauen. Müssen wir eigentlich noch hinkriegen oder Zeit her? Weil der Auslanderfolger, wenn wir mal aussehen müssen, automatisch. also mit Cosplay und so ein dicker Stand. Ansonsten ist bis zu ernst noch lange hin. Und das wird ja auch nicht alles um einmal rein werden, denke mal. Und da wir erst kultig Bitter haben, ist es noch nicht so tragisch. So, die stellen wir mal hier mal weg. Mal nach vorne, ne? Oder auf. Aussteigen. Mal nach vorne, ne? So, mal gucken mal. Start on load. Das ist englische, mal schlimm. Also O ist für rechts und links. Y ist Z mal für den Start. Na ja, gut. Mal schauen, was klappt. Doch mal den alten drauf lassen sollen. Ach B. Okay. Aha. Gut. Ich möchte mal sehen, dass das Sägewerk ein bisschen arbeiten kann. Dazu brauchen wir Holz. Eigentlich viel Holz. Dinger sind gefährlich zum Festfahren. Ich weiß nicht, welche man hier so hoch absägt. Das ist originell. Aber der fährt genau durch die Richtung. Und auch, gucken wir zusammen. Ich hab gleich gedacht, dass wir sie schon holten haben. machen wir mit absehenden reinkippen da eigentlich ungünstig so wie abkippen was hat absicht gut dann machen wir ab start all the world abladen wir mal die sollen ja alle vorn liegen position im roppett 1 und und stehen bleiben hierher fahren und geht so ist auch voll jetzt beenden reaktion jetzt fahren wir zum trägewerk so nicht so schnell fahren bei holz schlechte erfahrung sechs und kippen die ecke wird leise ein bisschen lauter mal ja ein bisschen besser das ist auch das verschieden das ist nicht mehr gleich also ob das absicht ist ja mal jeder mod hat oder andere lautstärke und werden sie auch nicht alle gleich machen ja auch langweilig ich war klar auch gras mähen können so mal schauen mal hier wo wir hier das abkippen können soweit ich weiß beim teich der teich soll der träger sein so so wenn wir hier wo wo war die andere richtung und dann und der özelon war die äh gut alle schauen können wir da her schauen ein bisschen laufen so das sägewerk mal zu hören dann arbeit schon mal hier kommt unser haktuch heraus irgendwann hier können wir es aufladen wenn wir genug haben und hier wenn später unsere paletten rauskommen oder hier bretterpalette holz haben wir jetzt entsprechend 24464 leerpalette haben wir null klar logisch aber die sind gerade dabei besonders nachts wenn wir auf 30 vorarbeiten werden wir entsprechend auch entsprechend viel produzieren können wir nochmal einen Schwung holen hier ist der abladepunkt für die paletten der paletten die werden wir erst dann rausholen wenn wir die brauchen so wird die karte nicht belastet bzw. die performance der rechners jetzt fahren wir zurück zum hautsplatz hier unser segeberg naja nicht auffahren entschuldigung ja maukerei so klein kommt nicht vorbei die kühle geben noch keine milch hat sie dann tun noch nicht vorgesehen wir haben noch ein paar bäume fällen bäume nicht fällen machen die hunde da haben wir es keine weitergemacht gut dann müssen wir leider machen impresso das das wetter sagt eigentlich trocken an warm und kälter also heute noch angenehm warm und morgen wird es richtig kalt werden also das sieht nicht gut aus aber dann geht es aufwärts und hier naja ist eigentlich für alles zu kalt außer für gras pappeln wird auch gehen ölrettich aber gut kühe schweine den geht es gut super schweine wir machen mit dem holz aber hier vorne an wenn wir irgendwann mal noch kräftig pflanzen Aber da gibt es keine Panik, wir haben eigentlich noch Präume da, also müssen wir das Land kaufen. Fatsi, Fatsi! 0,3, dann kommen, sagen wir mal, die ersten Fäkel, kleinen Schweinchen. Da müssen wir zum Winter immer einen Schlachtbruch bauen, denn Schweine brauchen wir nicht lange. Drei Viertel, ja, da sind die auch nicht ausgewachsen, schwer genug zum Schlachten. Normalerweise. Je länger, umso fetter werden die, und da wird auch gar keiner. Jetzt haben wir noch eine Futterbeschabrik für Schweinefutter. Dann können wir unsere Ernte da auch noch entsprechend verwerben. Und ansonsten, können wir anfangs ja Vutter kaufen. Das macht es ja auch bequem, in Anführungszeichen. Das gleiche mit der Heutrocknung für Gras, da können wir mal irgendwie hinkriegen. Aber da muss man sehen, wo wir auch Geld für haben. Also, da kann man lieber Heu kaufen erstmal. Oder wir werden Heu einfach so normal machen wie früher, mit der Wiese, mit dem Zetter und dann schön wenden und schön trocken. Aber das Gras ist dann im Sommer mehreif. Wenn wir mal so schaue. Genü. Also 25, 24 haben wir und die 23, die 21, die 27 lassen wir mal als Füllung. Für allgemein Baugut. Also, wir brauchen bauen können. Hier muss man Gras aktivieren. Dann kann man aber erkennen, ob es entsprechend reif ist. Das ist, äh, man könnte es schon schneiden. Ich weiß, das wächst eine Weile. Dann müsste man... Heu könnte man machen. Weil das trocken ist auf jeden Fall. Dann werden wir das gleich tun. Dann bereiten wir das vor. Und dann können wir auch gleich, dass man 36 mal selber kaufen können. Das Geld reicht. Eine Million. 1,06. Und meine Bank anfragen, ne? Ja, da gar nichts. Hier einearsi. großzügig denke ich war 1,6 millionen waren sie da können wir gleich und action einsetzen vorbereiten medien verwandt und ja wie wäre das ein verwandt mehr als kompletten jungen rum das heißt zwei traktoren hernehmen und dann dann nehmen wir gleich zwei traktoren für den nicht dafür haben wir die anderen beiden einer steht hier den wollen wir noch waschen gut auf segelweg arbeitet erstmal wenn man gleich denkt abstellen faktor star muss da repariert werden ein bisschen kaputt ein bisschen weiter fahren dass auch nicht das Gerät drin ist sonst ist das nicht drin und dann kann man die reparieren auch leicht waschen einsteigen waschen waschen sie sagt doch keiner was wenn wir nicht ganz schnell die Gerätschaften abhängen die irgendwo rein stellen na gut die Saatgut ist mein ungünstig ne also na hier ist es dir egal so lieb so lieb schon das hat es falsch gewesen sein ich danke fürs reinschauen wir haben noch mal die vor nächstes verhalten wir noch vor und übernächste folge wenn wir den verband mähen und dann gleich entsprechend wenden also jetzt sagen wir mal einsteigen ja Schluss für heute zweitens so ne sag mal schüß und winke winke tschau tschau bedankt fürs reinschauen man hört und zieht sich denn wahrscheinlich zum nächsten Mal tschüss tschüss